Hi zusammen! Heute geht es um die Turmspitze in Sachen Schädlingsbekämpfung. Um das Problem, das wirklich zu immensen Schaden führen kann und wo ihr am besten sofort reagieren solltet. Ratten. Schon immer waren Ratten Kämpfer, die auf der Suche nach Nahrung immer bessere Fähigkeiten entwickelt haben und heute nicht nur in der Kanalisation zu finden sind. Ja, auch oft in Häusern finden sie ein Plätzchen zum Verweilen und oft fängt das Ganze im Keller oder in der Garage an. Aber der Reihe nach. Erstmal müsst ihr feststellen, dass es wirklich Ratten sind. Wenn ihr euch fragt, woran ihr Befall erkennen könnt, dann kommen hier ein paar Tipps, wie ihr Anzeichen eines Rattenbefalls erkennen könnt. Ein eindeutiges Zeichen sind natürlich Kotspuren. Rattenkot ist bananenförmig und wird meist verstreut auf dem Boden oder in den Regalen liegen. Eine Ratte kann bis zu 50 Kotkrümel am Tag verlieren und dadurch lässt sich meist auch erkennen, wie viele Ratten sich bei euch so aufhalten. Bissspuren sind natürlich auch gut erkennbar und weisen auf einen Rattenbefall hin. Ob an den Regalen, am Holz oder an anderen Sachen, Ratten beißen sich oft auch da die Zähne aus, wo es eigentlich keinen Sinn macht. Das macht aber nichts, denn die Zähne wachsen immer wieder nach. Erkennen könnt ihr diese Nagelspuren an zwei Rillen mit einem Abstand von etwa 4 Millimetern. Ratten haben es natürlich auch gern bequem. Die Nester bauen sie in der Regel aber eher in Misthaufen, also außerhalb von Gebäuden. Aber wenn ihr alte Zeitungen zerknittert in einer Ecke liegen seht, natürlich mit eindeutigen Bissspuren, dann könnte sich hier das Nest der Ratte befinden. Rattenlöcher sind natürlich etwas größer als Mauselöcher. Wenn ihr also im Garten solche Löcher findet, solltet ihr schon mal vorsichtig sein und eventuell schon mal ein oder zwei Rattenfallen aufstellen. Auch ein eindeutiges Zeichen ist natürlich der Gestank. Kennt ihr Ammoniak? So ganz ähnlich riecht es, wenn Ratten ständig bei euch zugegen sind. Sie erzeugen den Gestank mit speziellen Drüsen und finden dadurch natürlich ihre Nistplätze wieder. Ganz eindeutig sind natürlich auch Pfotenabdrücke im Staub, auch Spuren, die aus Staub, Schmutz und Fett bestehen. Denn das Fell der Ratten absorbiert Fett und dieses bindet sich wiederum mit dem Schmutz. Also auch hier ein klares Anzeichen für Rattenbefall. Solltet ihr einen Rattenbefall also nachweisen können, solltet ihr handeln. Denn Ratten können zu einer echten Plage werden und die Gesundheit gefährden. In einigen Regionen, wie zum Beispiel in Berlin oder Wiesbaden, ist ein Rattenbefall sogar meldepflichtig. In anderen Regionen solltet ihr dagegen einen Rattenbefall melden. Aber auf jeden Fall müsst ihr euren Vermieter sofort informieren, wenn ihr eine Rattenplage habt. Dieser muss dann nämlich sofort einen Schädlingsbekämpfer beauftragen und die Kommune informieren. In unserem nächsten Video erklären wir euch dann, wie ihr Ratten bekämpfen oder auch fernhalten könnt. Und natürlich auch einige Fakten, wie zum Beispiel Ratten in die Wohnung gelangen können. Bis dahin wünschen wir euch rattenfreie Tage und hinterlasst ein Like oder ein Abo oder beides. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Und heute nicht mehr in der Kanalisation zu finden sind. Nicht nur. Nicht mehr nur. Nicht nur mehr. Nicht heute nicht nur in der... Okay.